Oh! Oss, komm, hört doch mal auf, Fragen zu stellen Es ist langweilig gegen einen toten Battle Ich habe das klar gestellt Und für dich scheissliche, schon mal einen Sarg zu stellen Ey, was gewisse entscheiden, das schwenk ich schaust drauf Ey, ich weiss, du hast Anfänger-Bonus Ey, du bist einfach nur scheisse am Main Und so wie ich meischt jetzt am meisten heim Ey, yo, jetzt musst du nachdenken, ich bin Clark-Gagner. Ey, Digge, von wegen Anfänger. Wenn ich dich grad hänke, ich bring Rap-Doper. Wenn er mich aufhängt, dann als Fan-Pose. Ey, lass mir zu, du kannst mich eben da nicht hoppen. Homie, du bist nicht Gegner, sondern Opfer. Also, ey, ich fick dich ab da. Gottverdammt nochmal, also fick dich weg. Okay, es ist doch klar, dass ich locker noch rappe. Ihr werdet sagen, da wird Opfer zum Täter. Ey, yo, ey, schau, ich spit the shit, ich bin ein Opfer. Digge, aber ich vernichte dich. Yeah, 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 yeah. Ey, als wär's Himmelsdor da für den krassen Förder. Für dich allein wär die Käse und Massenmörder. Ich kille dich und deine ganze Familie. Aber ey, ist mir scheissegal, ist dein Schwanz, ist schiss. Okay, okay, yo, jetzt bin ich trau. Rapp dir nicht nachher das Gitter am Techniker-Ton. Yes, und das muss ich für mich behalten. Schaltet dein Mike aus und mich nöhm in der Einschalte. Ja, ich komme und fick die Bitch dead. Sein Schwanz ist so klein, er muss im Sitzen pissen. Ey, also sollte das so sein. Gottverdammt, ey, da kommt die Rap in mein Ohr rein. Oh, eine schlechte Leistung würd auch noch grad länger. Ey, steht pissen, ist mir zu anstrengend. Yeah, also check wie das geht. Ey, Digge, du hast ja gar keine Technik am Start. Ja, ich weiss es, ey, dein Shit ist nicht laut. Schlechte Leistung, du kannst dich essen mit aus und... Ey, ja, und weiss ja, was da geht. Und trotzdem ist dein Scheisse doch ins Arm. Ja, du kannst auf Kratz machen und posen, du Bub. Du sagst mir etwas, doch ich lass dir nicht zu. Yeah, also schau, ich bin der Fixer, ey. Ich geb auf dich nur einen Mittelfinger. Ey, Scheisse, weil ich einfach die Geschisse finde. Die Eintritt ist gratis, wenn die Lines so billig sind. Ey, also, weisst du was geht? Nein, du weisst es nicht, ey. Du bist scheisse, Mann. Ja, mir ist es gleich, dass sie dann... Time... Time... Time. Drei Mal bei Bellos, 2 zu 0 und somit im Final. Applaus für beide.